Wir reden über den Anfang. In den Berg werden wir hineingehen. Wir, die es besser wissen müssen. Die es nicht besser wissen. Aber immer was zu sagen haben. Immer was zu reden. Die nicht in Bewegung kommen. Wie die Geist einer Welt, die nicht tot zum Kriegen ist. Die alles tot gekriegt hat. Was das sonst so war. Wir lassen sterben Menschen weg. Und lassen wir es bestimmt nicht rein. Wir werden verkeistern hier. Wir werden wieder in der Schule verrieren. Es kommt immer der Tag, an dem ich nicht mehr müde sein werde. Alles wird beschwunden sein. Vor allem, dass ich die Stimme, die zu allen etwas sagen kann. Die immer was zu sagen hat. Die Stimme, die für andere spricht und um was ich meine. Bloß redet sonst nichts. Ich werde kein Erbe gewesen sein. Die Worte werden endlich nirgendwo hingehören. Wohin gehören, stolpern, fallen, werden verstummt. Wir werden nie gewesen sein. Dass wir die Tatenlosen hier als Erbe übergeben, denk ich, ist der Berg als Mahnmal einer Welt, die nie gewesen ist. Damit endlich was anderes kommt, als immer schon schön.